Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute haben wir den 4. Dezember und wir machen Türchen Nummer 4 von den Magitex Adventskalender auf. Die letzten drei hatten wir Gregorich und Parvath. Dann hatten wir hier Tim Leibold, Sonny, Ruben Hennings und Lars Bender. Und da bin ich mal gespannt was wir heute drin haben. Wir öffnen jetzt mal Türchen Nummer 4. haben wir hier Türchen Nummer 4 haben wir hier und wir haben wieder zwei Karten. Und zwar haben wir diesmal Renato Steffen als Bundesliga-Moment, Mittelfeldspieler, Angriffwert 68, Abwehrwert 36, ein Marktwert von 5 Millionen Millionen. Natürlich von Wolfsburg, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Und dann haben wir hier Topias Kemper von Darmstadt 98, Mittelfeldspieler, Angriffwert 66, Abwehrwert 35. Dann haben wir noch 4,5 Millionen Marktwert, was ich glaube, ich weiß nicht ob das überhaupt stimmt, ob die sich da an Transfer.de irgendwie gehalten haben oder was weiß ich woher. Ja, das waren hier diese zwei Karten jetzt an Türchen Nummer 4 hier. So, ihr könnt ja schon mal Türchen Nummer 5 suchen, ob ihr es findet. Und Türchen Nummer 5 kommt dann am Morgen. Dann sag ich mal auf Wiedersehen und bis dann.